Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dragon's Dogma Dark Horizon Modded 2023. Das war nett. Vielen Dank. Ja, bis bald. Äh, sie ist auch da. Ja, hallo. Äh, ja? Ja, zeig mal. Denn ich brauch jetzt ein... Was ist denn ein kleines Carmesin? Magierschleuder? Was ist denn das? Ähm... Ist das ein Bogen jetzt, oder was? Och, nimm doch einfach mal... Und das. Ja. Was hast du sonst noch? Na klar. Oh, das gefällt mir. Lehrlingsmantel. Oder? Abwehr Null. Also, Minus. Ach komm, ne. 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 Ach. 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 Ja klar. Das ist auch nett. Pfff. Langer Blau killed. Okay. Hab ich schon... Dann brauche ich nicht irgendeinen Unrast. Ach, keine Ahnung. Ähm, stetigen. Nein. Nein. Äh. Kasse. Bestätigen. Ja. Ausrüsten. Ausrüsten. Ah, wenn ich das aber habe, kann ich mehr mit den Dolchen. Näää. Ich will das aber. Okay, wir haben es dabei, aber Näää. Dolche und das. Okay. Das habe ich nix gekauft. Aber. Ich kann ja was verkaufen. Hier. Ein Kurzbogen. Kasse. Bestätigen. So. Okay. Ähm. Dann würde ich doch gerne. Kann ich bei ihm das verbessern? Ich weiß es gar nicht. Okay. Aber wie war das denn noch? Mit Waffen verbessern? Nein, gar nicht. Äh, Anorten? Nein. Will ich ausrüsten gehe? Okay, raus. Bei ihm, oder? Ja, mir auch. Hm, das stimmt. Ich suche auch immer. Ich bin ein Schleuder. Ich bin ein Schleuder. Ich bin ein Schleuder. Jetzt, wir sprechen uns über die Schleuder. Ah, ich verbess das mal. Okay. Ja, mach ich. Bis dann. Gut. Okay. Hallo, Kackstons Waffenschmiede. Hüchee. Hallo. Da hast du wohl recht. Okay, zeig mal. Finkel, Breitschwertstrecke und zwei in der Fängnis. Habe ich schon... Mhm. Habe ich schon. Pelter. Waldbogen. Magierschleuder. Habe ich schon. Aber danke. Aha. Und sonst wann? Kleidung. Nee. Nee. Eisenverstärktes Hemd. Leichtes Gewand. Niederlustpanzer. Nietenpanzer. Sieht nicht schlecht aus. Melange, Beste. Oh, schick. Ach, das kann ich jetzt auch anziehen? Nee. Habe ich aber fünf Abwehrminus. Drei Punkte mehr. Dann nur zwei Punkte. Was hat irgendwas? Ich finde es nicht schlecht. Ja. Das hat natürlich sehr stark 224. Schaut mal. Okay. Samir hat das Gleiche. Dann verkaufe ich Ihnen das direkt wieder. Verbessern kann ich das hier? Sehr schön. Das auch schon? Nein. Mach's gut. Ja, ich... Ich möchte zu den Vasal... Nein, mach ich nicht. Ja, lauf Kimiko. So... Ich glaube, die Merchants... Eine Schmiede? Ist verschlotzen. Ah, hier. Hallo. Merzivier-Basch. Please. Please, no. Sir, I.. I know it is not a matter fit to thrust upon a passing stranger, but... Listen. I ask only that you listen a while. Just a short while. Yeah, you say it. Thank you, sir. It's great. Oh, yes. Was my son His heart stopped Not a few hours past Always weak His sweetheart Since he was but a babe I had long known he would not Live long But to see it To watch him slip from my grasp I am left with naught but rage At my impotence Fain to try any means That I might to bring him back I look to magic Even curses Schwarze Magie Anything to bring him back to me I know it for madness But still I Here Pray Accept thee, sir The first of those stones I bought from a merchant My son and I passed in our travels Okay He spoke of a powerful magic within it Gather rocks such as this together He said And even the dead shall wake It's not that I am one to blindly believe in such tales Mind Yet still I thought there no harm in trying Yeah And so I searched But by the time I found a second Behold pursued the ring hollow It is a vain hope to seek immortality in such drinking as I know I felt a fool for having her believed it Lazarus Steine sind wundertätige Gegenstände, die euch selbst und jeden anderen wieder zum Leben erwecken können Jeden Lazarus Stein ist wertvoll Die Splitter sind schwer zu finden und jeder Stein kann nur einmal eingesetzt werden Sammelt genügend Splitter und sie werden sich von selbst einen kompletten Stein zusammensetzen Und Osteinander zu bestellen So sehen die aus Zwei Stück Bin ich sogar schon welche gehabt Das heißt wir müssen welche finden und dann geht das schon Okay Was ist das hier? Ach verschissen Mal wissen wir noch weiter runter oder wie? Ich hab's vergessen Es tut mir leid Hier Nee Alle Türen sind zu Viel Futter Ihr habt was gefunden Aber jetzt wo ist die? Ich hab's vergessen Wo sind die? Kann ja nur darum sein Hier Hier Welche Stufe sind wir? 14 Okay Schwarze Brett Okay Mal falschen Knopf Tut mir leid Walzer des Tors Hier findet ihr Übungsmöglichkeiten Bei erfolgreicher Beendung Wirkt eine 10.000 Gold und 3 Bezwingend 20 Schnee Harpien Okay Die Truppen Bezwingend 44 Untote Okay Bezwingend 36 Skelette Okay Bezwingend 2 Ogre Okay Tötet 45 Hasen Okay Da hat jemand Tasse auf Hasen Kann das sein? Oh hallo Will ich mit dir reden? Ich weiß es gar nicht Ich glaub nicht, oder? Erstmal Ähm Ich bin am überlegen Aber nein Ich Nur mal eine Stufe Wehr sind Ähm Ja komm Wir reden Äh Hi Ja Hallo Das ist aber nett Das ist aber Mhm. Danke. Okay, was denn? Ja, gell. Gut. Und folgen wir immer in die Tiefen. Okay. Mhm. Mhm. Okay. Machen wir nicht. Natürlich. Machen wir. Okay. Betreten wir mal. Ja, ich kann mich vage daran erinnern. Gut. Äh. So. So. Die Musik schon. So. 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 Geflüffel! Das Erste. Da ist noch etwas Großes oder so. Ja. Ja, wie kamen wir denn rein? Hier durch. Es ist gruselig, weil es zu dunkel ist. Ah. Was ist das? Ah! Wer macht sowas? Wer schmeißt Feuer auf mich? Gart's euch noch gut, oder was? Ich bin auf Schatzsuche. Oh, was find ich denn hier im Stein? Oh, hast einen Haltrand gefunden, sehr schön. Das doch bald. Komm mal da hoch. Ein Geldpuffel. Ich tu mir auch noch was. Suchen wir da noch. Okay. Okay, ich wollte aber eigentlich... Combat needn't be grueling, Arism. Okay. Okay. Ist da nix mehr drin? Entschuldigung. Meine Nase juckt. Gibt Ärger. Oh, danke. Na, wäre ich auch beinahe runtergefallen. So, jetzt die Frage. Dann geht das zu. Ah, und da auf. Okay, nachher für den Rückweg. Glaube ich, oder? Ja genau, das ist für den Rückweg. Gut, weiter geht's. Okay. Ah, das sieht doch wieder aus. Kann einer von euch mal Feuer machen oder so? Ah, okay. Hallo, ich bin hier. Ja, 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 ich bin hier. Ja, das war's. Ich müsste nur mal treffen. Okay, ich habe den Trick jetzt ausgefunden. Ich werde jetzt überlegen, wie dieser Sprungtrick geht. Ich habe es vergessen. Okay, das ist ein Riesenorg. Aber ihr Lieben, wir machen erst im nächsten Part. Haha, im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch. Kommentare. Tipps und Tricks für immer. Wird ich mich sehr drüber freuen. Gut, ich würde mich sehr drüber freuen und im nächsten Part kümmern wir uns um das Großfeder. Bis dahin. Adios. Adios.